So meine Freunde, ich habe hier eine neue Mission, eine neue Copgate Mission im Camp Copeland gefunden oder so soll ich mit Copeland Raiden und ich spiele in, ich bin in Days Gone momentan, es ist so ein Suchtspiel, I love it und was soll ich dazu sagen, wir schauen euch das ganze an, wollt ihr mehr von mir sehen, von dem Spiel sehen und noch vielen, vielen, vielen anderen Sachen, dann lasst doch bitte ein Abo da und ansonsten wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen. So, dann Mission Board. Wir ließen sie nicht rein, er tötete eine der Wachen und verschwand. Hat ihn jemand verfolgt? Er verkriecht sich in einem Plünderer Camp, nördlich vom O'Leary Mountain. Ich glaube, du weißt, wo das ist. Nein, aber ich finde ihn schon. Da bin ich schon mal gewesen, hab die alle gekillt. Ist der schon wieder da, diese Camps, ne? So, jetzt gucken wir mal, was macht der Tank? 89, das sieht gut aus. Kann ich irgendwo zwischendurch tanken? Nur da. Wie weit muss ich fahren? Ja, das schaffe ich. So, jetzt geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020